Heute Abend ist der Kellner gar nicht da. Pronk. Ich weiß nicht, wie er heißt. Pronk. Er kommt aus Lacoste. Außerhalb der Saison arbeitet er nur tagsüber. Verstehe. Kennen Sie ihn gut? Ein bisschen. Ich treffe ihn ab und zu mal. Sie scheinen ja so gut wie jeden hier zu kennen. Ist doch klar. Ich habe hier meine ganze Kindheit verbracht. Aber nicht mit John. Nein. Er hat Mutter und mich sitzen gelassen. Er ist immer nur in den Sommerferien hierher gekommen. Nehmen Sie ihm das Übel? Nein, nicht wirklich. Er lebt sein Leben, ich lebe meins. Und Ihre Mutter ist die Französin? Ja. Wo wohnt sie? In Letzah. Warum interessiert Sie das so? Aber wenn du mich nicht hierherst? Na. Na. Vielen Dank.